Dank diesem Entscheid können wir das Gelände jetzt kaufen. Ich bin sehr froh, dass die Stimmbevölkerung unserer Argumentation gefolgt ist. Es braucht Spiel- und Begegnungsorte, gerade im Westen von Bern, gerade im Untermarktquartier. Es ist eine Investition in die Jugend und gleichzeitig kaufen wir dort ein Areal, wo man später auch mal Wohnungen bauen könnte. Also ganz sicher eine nachhaltige Investition. Untertitelung des ZDF, 2020